Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute, meine Damen, geht es um die richtige Hautpflege. Und hier kann ich Ihnen einiges bitten. Die neue Beldam Sensitiv-Pflegelinie ist ganz speziell für die empfindliche und für die trockene Haut. Alle Beldam Sensitiv-Produkte sind ganz ohne Parfum und frei von Farbstoff und darum besonders hautverträglich. Ein Lichtschutzfilter schützt Ihre Haut vor einem schädlichen Anteil von UV-Strahlen und damit wird einer vorzeitigen Faltenbildung vorgebeugt. Zudem enthalten die Produkte der Sensitiv-Linie das Elastin. Das ist ein Protein, das die Elastizität der Haut erhalten tut. Und für die anspruchsvolle Haut gibt es dann bei GOP Beldam exklusiv mit aktiven Wirkstoffen, die die Hautfeuchtigkeit regulieren. Und dann haben wir hier noch die Feuchtigkeitsemulsion. Sie enthalten Kollagen und Plazenta. Und sie ist eine ganz wertvolle Ergänzung zur Beldam exklusiven Aufbaugreme. GOP bietet Ihnen mit der grossen Auswahl an Qualitätsmarken für jeden Wunsch das richtige Kosmetikprodukt. Aber auch die Bekleidungswünsche von Ihren Junioren können Sie bei GOP erfüllen. Und zwar zu Preisen, die in jedem Familienbudget Platz haben. Die rassigen Lömber mit versenkbarer Kapuze. Sweatsharts in der Größe 104 bis 164. Baumwurtsjeans ganz speziell mit elastischem Bund. Oder Bluejeans aus Baumwurdenim mit Gürtel. Ja, so wird es eine richtig farbige Schulzeit. Und diese Neuheit ist das Beste für die unvermeidliche grosse Wäsche. Das neue flüssige GOP Vollwaschmittel für 30 bis 60 Grad. Ohne Vorwäsche erreichen Sie Spitzenwäschresultate. Und weil es ohne Phosphat ist, schonen Sie die Gewässer. Sie sehen, GOP gibt Ihnen immer wieder die Gelegenheit Neuheiten auszuprobieren. So, und jetzt schauen wir noch in die Küche, was es dort Gutes gibt. Ein besonders schmackhaftes und doch preiswertes Rezept sind Schweinshaxen. Wir brauchen dafür pro Person je eine kleine Schweinshaxen. Diese werden wir salzen, pfeffern und in Mehl wenden. Dann werden sie im Fett goldbraun backen. Und da haben wir jetzt noch fein gehackte Riebli, Sellerie und Lauch dazugeben. Auch das leicht anbroten und dann ablöschen. Jetzt würzen wir noch mit Lorbeer, Nägel, mit Pfefferkörnern und Timian. Das Gericht wird zugedeckt während etwa anderthalb bis zwei Stunden auf kleinem Feuer geschmort. Schweinshaxen richten wir an mit zum Beispiel Haartöpfelstock oder Reis. Das feine Rezept finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Einen guten. So, und jetzt danken wir Ihnen für das Zuschauen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Dosen Midi-Eier-Ravioli à la Napoletana statt 5,40 nur 4,40. 500g Bonjour-Margarine mit 10% Butter statt 3,30 nur 2,80. 250g Bonjour-Minarin-Brot auf Strich statt 1,40 nur 1,10. Vier Käsküchli Goldstarr statt 2,75 nur 2,20. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, Bintje, Herr Töpfel, Tragtaschen an zweieinhalb Kilo nur 2,40. Ausländische Gurkenstuck nur 90 Rappen. Und hier noch die aktuellen Preisschlager. Full-Gurit-Blumenkistchen 60cm lang nur 7,90. 80cm lang nur 10,90. Für die Camping-Saison der Klapsessel nur 29 Franken. Das Dreibeiligenbett nur 45 Franken. Ein Sonnenschirm nur 59 Franken. Der Camping-Tisch nur 29 Franken. Und ein Koffergrill nur 39 Franken. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017